Hey meine Abonnenten und willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo. Und zwar will ich euch nur mal schnell sagen, dass wenn ihr mal mit mir minecraften wollt, es ganz einfach geht auf dem rc-gameserver.at. Das ist ein PvP-Server, wo es darum geht, sich gegenseitig zu schlachten. Wie man jetzt hier am Bein... Nerb, der Kerl hat mich getötet. Ähm, wie man jetzt anhand dieses kleinen Beispiels dort vorne von diesem komischen Kerl sehen wird, dessen Name ich jetzt gerade nicht lesen kann. Er wird jetzt mein Opfer während der Aufnahme und... Tupfer 98. Dankeschön. Ähm, und da kommt Nerb. Und den bringe ich auch gleich mit auf. Also wirklich, der hat mich das letzte Mal nämlich gekillt. Und, ja, er ist toll. Ihn tötte ich nie. Und, ja, kommt alle auf den Server, wenn ihr mit mir spielen wollt, gegen uns spielen wollt, keine Ahnung, wenn ihr Teams bilden wollt und... Was zur Hölle, der Kerl sieht aber komisch aus. Ah ne, er ist sogar ein Abonnent von mir. Hi. Okay. Und, ja... Vielleicht sehen wir uns dann gleich, wenn... Einfach in die Beschreibung gucken, dort ist die IP. Und ihr müsst, wisst euch, wenn ihr raufkommt, mit... Slash, Register und euer Passwort registrieren und immer wieder einloggen, wenn ihr raufkommt, weil das ein Server für Crack-Leute auch ist. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss.